Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass es etwas Neues gibt und zwar den Mama-Montag. Ab kommendem Montag wird es in der Facebook-Gruppe Farbenfrohe Mama Community jeden Montagvormittag ein Live-Video von mir geben, was ihr euch danach noch 24 Stunden lang in der Gruppe anschauen könnt. Ich werde euch mit euch verschiedene Themen ansprechen. Ich werde euch Input geben für die kommende Woche, Inspiration und Motivation geben. Wenn ihr Teil davon werden wollt, dann kommt doch gerne in unsere Facebook-Community. Der Link zur Gruppe ist unten in der Infobox verlinkt. Ich freue mich sehr auf euch und ich freue mich sehr auf den Montag und meinen ersten Mama-Montag.